Worauf nicht? Auf den Cayetana-Platz bin ich nicht stolz. Das ist einfach nicht so gelungen, wie es sich wahrscheinlich viele Menschen wünschen würden, denn es fehlen mir da die Bäume. Und der Rote-Kreuz-Platz, na ja, sage ich, wäre mir der Blick auf die Salzsacht lieber. Dass sie nicht so eingebildet sein sollen. Also ich erzähle Ihnen gerne die Geschichte von der kleinen Ameise, die auf Reisen geht und die die Inge kennenlernt und mit ihr eine Freundschaft bildet, weil Freunde, die Gemeinschaft ist in diesem Leben sehr wichtig. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsene.